Wir machen den EFIMUG, weil wir Sie für bürgerschaftliches Engagement gewinnen wollen. Sie über den Nutzen des bürgerschaftlichen Engagements informieren möchten, Ihnen interessante Möglichkeiten für Ihr bürgerschaftliches Engagement aufzeigen wollen, Sie weiter über die Möglichkeiten zur Weiterbildung und Vernetzung informieren möchten und last not least für die Weiterbildung zum Senior Trainer interessieren und gewinnen wollen und bedenken Sie, bürgerschaftliches Engagement macht glücklich und zufrieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017